und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge die infected und ja wir sind sehr durstig ja was heißt wir ja wir brauchen alles ja letzte folge war ein bisschen turbulent ich hoffe dass die folge etwas und turbulent wird und ja wir gucken mal was heute so passiert daran muss mich auch noch gewöhnen wir haben hier auch ein paar barren fertig kupferbahn das ist lecker schmecker geil aber hier ist auch schon ziemlich viel voll bleierd das könnte man auch das blöde ist momentan wie gesagt das spiel ist ja noch lange nicht fertig aber platztechnisch rinden wo ich das auch so eine kacke der braucht keinen mensch platztechnisch sieht es halt schon ich du es daraus vielleicht erst kann man ja alles schon mal schmerzen keine ahnung wozu wir brauchen werden aber die kohle kann man auch nicht decken bis auch noch nicht hundertprozentig bewusst wie man sachen noch mehr stecken kann ich würde sagen wir bauen fast noch mal hier zu aller anfang da wir müssen ja das tutorial noch machen kohlenhydrate zucker protein aber zu aller erst war das b ich weiß es nicht habe jetzt mal einen tag nicht gespielt gehabt und schon weiß ich nichts mehr da hinten ist fuhl f war das moment da hier hier natürlich kann auch einfach mal drücken na ich habe gerade drauf gedrückt und denken wir so hier lager und ihr seht auch hier stahlbaren lager ok bleilager ok 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 kleiderstange feuerholzständer also auch gut waffengestell ja weil es gibt hier auch vier jahreszeiten das darf man dann wirklich nicht unterschätzen würde sagen ich knall mal jetzt hier einfach noch eine kiste in ja so macht man das nicht ich bin halt wirklich es ist halt wirklich sehr ungewohnt wie es hier gelöst worden ist ganz ehrlich tab abbrechen das ist wirklich schlimm wir brauchen bretter rinos acht stück der feldurino wir hier mal einiges weg so werde auch irgendwann kann man auch eine ketten säge und anderen scheiß sich holen aber alles zu seiner zeit wir müssen auch unbedingt gucken wegen habe habe und so und dass wir uns da mal ein haus umbauen weil ich glaube wir sind schon bei tag zwei und ab tag 10 kommt irgendwie eine böse todeswelle die uns umbringen wird laut den einstellungen ob es dann tatsächlich so ist das weiß der schlumpf und ja ich bin mal gespannt auch die boxen wie gesagt es ist early access ganz ehrlich und ich denke mal für 11 euro wenn es einigermaßen läuft dann läuft es und ich glaube ich mach mal noch eine werkbank weil das blöde ja jetzt habe ich es ausgeschalten neu jetzt habe ich das interface ausgeschaltet jetzt weiß nicht mehr wie es angeht hallo ich will ich will das da haben ja gut das werden wir schon finden verdammte axt das regt mich jetzt hier auf jetzt habe ich da mein interface verloren war das hafu hat jetzt ist wieder da irgendwie sowas es wäre auch ganz gut ich bin zu verwirrt wenn wir noch vielleicht wo ist es denn platzierbares noch einen dritten sergetischen hauen hat den grund weil hier immer drei stämme aufheben können und dann richtig hier rein hauen können e und tab dass ich immer noch dann gewöhnen holz scheite 123 können wir nur drei stück dann können wir einmal so lang gehen und dann direkt drei rein knallen so habe ich es mir vorgestellt so 123 und dann kann man hier schön bequem chaka 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 und dann arbeite das hier schön durch man fällt in der zwischenzeit schön weiter und dann kommt da schön ein bisschen zeug her ich würde aber sagen so lange farming sessions wie eine nur baum fällen und so zeug das mache ich mal lieber alleine oder könnt ihr auch mal gerne mal in die kommentare schreiben kann man auch gerne mal was gewassen wenn ihr wollt müsst ihr mal schreiben was ihr haben wollt wisst ihr was ich mache jetzt mache ich jetzt kann ich alter wie verarsche ist denn das dass man halt nur so laufen kann man kann ja eh nicht so ganz so schnell rennen aber das hier sind ja ich ein bisschen vielleicht übertrieben das leiden grüßt ja die sonne scheint ein bisschen her gott entspann dich junge akuna matala sonnenwiderstand null dass du hier irgendwie steht hohe hohe wasser das geht warum warum muss ich das dann ja klar ich bin jetzt kontaminiert na aber so ist mir jetzt wurst hier so wir haben jetzt schon mal kein wurst ein bisschen mehr energie wir müssen mal wieder ein bisschen pennen aber warum geht das hier nicht ein oder bin ich gerade sehr hohl beef jerky können wir mal 1 essen hier dann alles ein bisschen wieder hoch die kathoma muss es doch so reinziehen oder etwa nicht ich verstehe es nicht hundertprozentig aber wir sind jetzt wieder ein bisschen am leben gleich mal speichern hier also das muss man glaube ich nicht verstehen wir sollten auch wahrscheinlich mal das haus ein bisschen größer bauen bevor wir uns auf größere und weitere experien expeditionen hauen sie das wunderbar ja mit dir geht ein bisschen blätterte der junge weiß ich zusammen die kommt die und nicht hafu hat steht man nicht vor allem nicht so ganz ich hoffe mal wir werden heute nicht von dem blitz erschlagen bretter kriegen wir jetzt auch wie sau dann fällig trägt man hier daneben hier immer so 1234 wenn wir mal die bäume die gefallen mir jetzt hier zwar aber das sind eher alles nur kleine bäume werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen weiter ausbreiten ins gesundheitstechnisch geht es uns leider nicht so ganz so gut weil wir hier ein bisschen stets man nissen haben weil wir unser wasser nicht abkochen mussten und dann muss ich wie gesagt reagieren sonst wäre das licht aus gewesen ich bin mal gespannt bin mal gespannt wie lange wir vor allem auch hier ist jetzt kaputt verdammt bei einer axt ist kaputt wie baut man noch mal eine axt erinnerung 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 in der axt baut man ja 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 ich glaube wir brauchen ein bisschen stein und einen stock haben wir einen stock irgendwo einen stock im arsch haben wir natürlich aber wo haben wir den stock ich finde es eh lustig für eine spitzhacke da müssen wir ein stein messer draus machen um dann eine spitzhacke zu bekommen aber für der axt die eigentlich aus logischen gründen ja scharf sein muss dass er besser arbeitet da reicht einfach so ein kleiner stein also ganz ehrlich ich muss das nicht verstehen das verstehe wer will speichern wir trauen das spiel nicht wie viel brauchen wir hier heute scheide drei stück dafür mir noch mal ein paar bäumchen hier dass wir wenigstens mal grob dass sie da ein aufgang hin machen kann dass wir sicher sind sicher in anführungszeichen natürlich die stämme lasse ich immer stehen die geben gutes feuerholz sie werden wir sehr wahrscheinlich im winter brauchen dann müssen wir auch kleidung bauen und 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 ja da bin ich mal gespannt bis das alles passiert damit die ganzen wald abgeholfen alles weg gar nichts mehr da dazu bewegen zu forest alles abgeholzt gar kein problem da rein das läuft doch unser zeug mal 123 soll widerstand ist jetzt auf 100 prozent da hat unser spiel ein bisschen den arsch gerettet dann haben wir doch hier jetzt schon mal eine gute grundstruktur also mit stämme kann man vielleicht nicht so ganz so krass springen wenn man drei stämme drauf hat aha das sieht doch auch hier lecker aus dann holen wir direkt mal 123 das war jetzt glaube ich schon besser weil so hat man gleich die hebe ende dann wieder frei der papa okay zu mir aber wieder blöder blitz schön dass wir doch dann erste wand haben jetzt keine materialien mehr das würde langsam haben wir wenigstens heute ein kleines häuschen ich glaube das setzen wir uns auch als ziel weil wir jetzt gerade ein bisschen sterben hier ein paar brett rinos ja das wird ein schönes holzhaus das hält uns warm jetzt knallt aber wieder die sonne aber gewaltig du ich hoffe mal dass langsam unsere vergiftung mal ein bisschen weg geht und wir nicht so pilz oder eine wassermelone habe ich die jetzt gegessen ich habe die weg geschmissen wasser melonen einfach so aber jetzt wassermelonen stücke willst wir verkarren als sagte schon hier wassermelonen scheiben das ist gut essen davon hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet schön wieder am punkt abgeschlossen jetzt fehlen nur noch brink wenn das jedoch gut aus speichern und sobald jetzt hier gut oder girl oder was auch immer es ist wir wissen es nicht keiner weiß es jeder mutmaß nur alter spring noch in meine hut rein einfach reingejumped wollte ich mal besucher aller ein gestörtes hirschviech 34 gibt es kein bier jetzt haben wir wenigstens mal ein paar wände hier das reibt sich alles tut mir leid versuche mich zu bessern jetzt bin ich mal gespannt was gibt so und großer baum für stämme da bin ich echt mal gespannt auch schon wesentlich länger zum fällen da wird auch hoffentlich mehr geben solche bäume die tülo und sie hat das lohnt sich so was will ich gerne haben das ist schön das ist nice so dann haben wir wenigstens bisschen sicherheit sicherheit die tür müssen wir natürlich noch rein knallen dass wir uns verstehen und der treppe nach oben und so bauen wir heute mal dass wir wirklich eine grundlage haben dass wir rückzug zu ort haben wo wir ein bisschen sicher sind wie gesagt unten würde ich keine fenster hin machen oben dass wir raus palern können und ja wir gucken mal holzrampe treppe mitte sowas in der art erstmal holzwand oder so wollen wir doch ein fenster machen ich glaube wir machen ein fenster zum sehen brauchen wir kein fenster da können wir jetzt sagen willst du es nicht schön haben du kleiner mongos sei doch ich will es schön haben aber da kriegen wir jetzt noch eine tür hin da gibt es keine türen ne glas die ist so sehe hier aus keine holz tür das dachte ich schon holz hier drin dann ach man das ist alles so es müsste ein scrollrad geben dann wäre es echt viel einfacher so dann machen wir noch ein wir bauen natürlich das haus heute noch nicht komplett fertig wir wir tun nur holz decke hier jetzt noch eine decke drauf knallen geht das einfach so ja okay so in der art und dann haben wir hier schon mal ein schutz die tür dran und dann zieht doch alles ein bisschen jut aus zuallererst die wieder nachfüllen und mal speichern ihr wisst bescheid das kleine gangsterspiel jetzt verkackern hier sonst hier mal ein baum und dann noch das dach drauf und dann haben wir heute einen großen schritt geschafft weil wir die folge nicht überleben werden uns geht schon habe ich schon wieder durst nee naja weil weil halt einfach nach wieso am sterben sind ein bisschen minimal halt nur neun gesundheit da würde ich würde ich noch marathon rennen ja und auch nebenbei bauer bei manfurten weider forsten ihr ist aber schon deutlich leere hjerte mit dem bäum geworden 7 gesundheit wir sterben bald so die treppe ist fertig kommen jetzt hier hoch 3 immer noch das ist viel vor allem ich weiß auch gar nicht wozu wir jetzt so viel zeug aufheben sollten aber das ding ist irgendwann kommt es dann so hätte ich mir lieber aufgehoben und blablabla und blablabla und blablabla wassermelonenkerne habe ich mal lieber hier rein da haben wir mehr kerne natürlich wieder mal speichern wie viel holz vier bretter die 44 lebenssekunden gehen langsam zu ende hello darkness my old friend weil sie wie wir schaffen hier noch in drei lebenstypen denke man nicht mehr ganz so viel uns ist schon ein bisschen duselig in der birne ganz normal ja da muss man aufpassen dass man nicht erschlagen wird also es wäre auch geil irgendwie so ein kleinen wagen wo man das zeug draufhauen könnte dass wir auch irgendwie neu ist also irgendwie habe ich das also wir sind gleich toll schnell 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 ich will noch ein dach über den kopf haben ich zwar trotzdem nicht geschützt vor dem regen aber nein ich bin gestorben jetzt nehme ich es ist halt auch einfach ohne konsequenzen momentan noch weil ich habe überhaupt man die bitte ich habe ja nicht mal meine bin halt einfach todes stehen text da bis tot und fertig na also klar kann man zu spielen dass man überlebt und das will ich ja auch aber ja da war jetzt mal hier nicht so ein riesiges drama draus drama baby drama es wird auch dunkel jetzt hier wie vor haben wir denn 9 45 pm das ist spät dann ein paar bretter rinos können wir uns wieder hier krallen sind auch denke ich mal saumüde energie vorbaut ist doch jetzt sogar hochgegangen das einfach keine alles klar warum damit doch eingeknallt jetzt wird es aber zum dusse ein paar bretter aus wieder mit dem 4 5 4 4 5 4 5 4 ich will noch einen dach auf den kopf haben jetzt geht der baum wieder nicht echt komm 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 und knall ihn weg das ist ein buch jetzt nach haus boah ist das dunkel für euch ist es ja glaube ich noch mal etwas dunkel jetzt da noch und dann bin ich ja wie dann bin ich happy 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 wo ist denn hier ein paar haben die achse auch schon gehalten marsch das geht mir echt nicht ein lag also ich sage ja nichts mehr stein hat hast halt zuerst den stein den stein haus auf anderen stein da hast du stein klinge sowie bei stranded deep und dann aus der klinge macht man danach stup die stup ja hier rausschmeißen na kommt und speichern und wir haben uns mal denke ich mal gewaltig aufs ohr energie wäre jetzt voll aber jetzt denke ich mal noch dunkel und wir sterben auch gleich machen wir ja jetzt ist voll schöner tag wir verdursten aber das juckt mich recht wenig wie erstmal jemand einfach scheint auch irgendwie unendlich voll zu sein weiß es nicht vielleicht ist es einfach so aber naja ich hoffe mal euch hat spaß gemacht von dieser wunderschönen folge und ja heute mal ein bisschen gebaut dass wir eine kleine basis haben und der nächsten folge gucken wir mal was wir anstehen können und bis dahin würde ich sagen macht's gut bis zum nächsten mal ciao